Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! So, bald geht's los und wir haben hier jemanden gefunden. Das ist der Wahnsinn. Hallo Frau Neubauer, grüße Sie. Hallo, ich grüße Sie. Sagen Sie mal. Ja, hallo, hallo. Hallo, hallo. Wir sind jetzt kurz vor dem Anstich. Wie ist das Gefühl? Eine prickelnde Vorfreude. Nein, es ist eine super gute Stimmung. Wir sind ja schon seit 8 Uhr unterwegs. Also um 9 Uhr haben wir uns getroffen, oben im Hofbräu. Sind dann hier runter. Jetzt sammeln sich die ganzen Wägen und dann geht's ins Eingemachte. Wollte ich Sie auch gerade fragen, haben Sie ein Wiesenritual? Was machen Sie, bevor die Wiesen losgeht? Also heute Morgen haben wir, das mache ich sonst nie um 9 Uhr in der Früh schon Weißwürsch gegessen. Oh, das ist hart. Ja, das ist hart, aber notwendig als Unterlage. Damit ja nichts passiert, damit man da gut ausgestattet ist. Aber einen Schluck Bier haben Sie noch nicht getrunken? Ähm, doch. Einen. Auch Premiere. Noch nie in meinem Leben um 9 Uhr schon ein Bier. Heute ja. Viel Spaß auf der Wiesen. Tschüss. Ciao. Servus. Ja, Christine Neubauer. Ciao. Ciao. Ciao.